Hallo, ich bin Katharina und ich bin Autorin aus Salzburg. Hi, ich bin Franzi, ich bin Illustratorin aus Stuttgart. Wir zwei haben zusammen ein Buch gemacht. Das Buch heißt Vielleicht wird alles viel leichter. Es ist ein Kunstbuch rund ums Wohlfühlen mit Illustrationen und Texten, die wir so zusammengeworfen, entworfen, kreiert haben in den letzten Monaten, in denen wir sogar noch online kannten. Genau. Und dieses Buch ist auch aus einer Idee entstanden, etwas zurückzugeben, etwas zu kreieren, das einfach Wohlgefühl erzeugt und nicht nur bei uns, sondern hoffentlich auch bei euch Menschen, die das lesen und erfahren und durchblättern. Genau. Und unser Buch ist so gedacht, dass es immer wieder neu angeschaut, immer wieder neu betrachtet und verstanden werden kann und es ist ein Kunstbuch, das einfach zum Verweilen einlädt und das inspirieren sollte, das Wohlgefühl als Teil des Alltags oder des Lebens zu sehen. Genau. Das Buch erscheint jetzt im August 2022 und wir sind ganz gespannt, wie es euch gefallen wird, wie es euch gefallen wird und ob euch dieses Buch auch so viel gibt, wie es uns gegeben hat beim daran arbeiten und beim Entstehungsprozess. Genau. Wir sind sehr, sehr glücklich darüber und finden es auch schön, so eine schöne Zusammenarbeit zu haben und zu haben. Vielleicht wird alles viel leichter.